So, dann schauen wir uns das Baby jetzt mal an und gucken mal, wie es in Action ist. Das ist eher so ein Häcksler. Sieht man ja auch schon. Aber mein Vater hat gesagt, mit dem können wir auch arbeiten. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Hört sich auf jeden Fall mal... gut an. Ich versuche mal, mal ranzufahren. Und, äh, dann gucken wir mal. Gesund hört er sich aber auch nicht mehr an. Aber naja. Wir können auf jeden Fall arbeiten. Und das ist wichtig. Wir müssen ja irgendwie arbeiten. Und dann schauen wir mal, wie wir mit dem arbeiten können. Ob wir gut arbeiten können. Wir machen das Lichtchen an hier. Oh. Es gibt Häckselgut. Kein Raps dann. Aber das ist auch okay. Erst einmal. Es hat kein direkter Drescher. Muss man halt sagen. Aber Wir kriegen das Feld leer. Und es ist doch recht laut hier, ne? Wir kriegen das Feld leer. Und, äh, können auf jeden Fall damit arbeiten. Und können damit auch dann sagen, dass wir das Feld neu bestücken können. Wir haben ein bisschen Häckselgut. Und, äh, das ist okay. Wir haben wenigstens mal etwas. Ja. 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 So. Oh. Ein bisschen holprig, die Sache hier. Aber es geht. Es geht. Ist okay. Ein bisschen Gas geben. Mal gucken, wie schnell wir fahren können. Für das alte Teil ist er noch recht flott. Aber einen Drescher brauchen wir dann trotzdem. Unbedingt. Um die restliche Arbeit zu machen. Wenn nicht, muss ich nochmal einen mieten. Vom Landhändler. Muss ich nochmal mit dem reden vielleicht. Oder vom vom Neubauershof. Dass der einen hat. Vielleicht den er mir leihen kann. Aber wir brauchen auch einen Drescher. Definitiv. Einen gescheiten vor allem. Die anderen Felder habe ich gesehen. Die müssen auch noch gemacht werden. Mann, Mann, Mann. Du machst was mit hier. Aber wir kriegen das hin. Auf jeden Fall. Recht wackel dich hier. Und auch der Ortsverband. Der war hier. Für die Landwirtschaft. Der zuständig ist. War schon hier. Hat sich den Hof angeguckt. Und er war auch richtig froh, dass sich hier was tut. Ich habe da hinten gekehrt. Hab die Silos. Also die Lagerbunker. Ausgekehrt. Mal ein bisschen. Dass es sauber ist. Hab im Allgemeinen auf dem Hof. Ein bisschen Reine gemacht. Gestern noch. Und er war schon recht begeistert. Davon. Wie es hier aussieht jetzt. Und das freut mich natürlich. Das macht auch ein gutes Bild. Auf unsere Arbeit. Oder auf uns im Allgemeinen. Aber ein Radio. Das fehlt natürlich noch. Immer noch. Jetzt sind wir recht schnell durch. Haben wir jetzt nach 6. Mal gucken. Was wir machen können. Mit der Bank habe ich gesprochen. Die. Ja. Die war nicht begeistert. Darüber. Dass ich gesagt habe. Es kann sein. Dass ich einen Kredit brauche. Aber sie haben gesagt. Okay. Sie haben gesagt. Okay. Dadurch. Dass ich. Keine Probleme habe. Allgemein. Würden sie es tun. Unter der Bedingung. Dass es einen Bürg gibt. Was ich nicht verstehen kann. Aber. Das war halt ihre Bedingung. Und. Ja. Der Bürger. Der wäre da. Mein Vater würde die. Kleine Bürgschaft übernehmen. Unser. Tank ist voll. Wenn ich mir das so anschaue. Da geht die Anzeige wohl nicht mehr hier drin. Das ist ja jetzt nicht so fein. So. Dann fahren wir aber mal rüber. Ich hoffe ich kann das da abladen. Ansonsten müssen wir einen Haufen machen. Notfalls. Mal rüber hier. So. Ich habe auch ein Angebot bekommen. Für. Ein Kombinationsgerät. Wo ich mit einem Gerät eben alles machen kann. Aber das ist natürlich teuer. Das ist sehr teuer. Insgesamt. Ja. Da kommen wir schon auf die locker 500.000. Das wäre natürlich nicht so rosig. Muss man mal gucken. Wo wir das Hexel gut abladen können. Das ist nur für Gerste. Da muss man mal dahinten gucken. Uiuiui. Da wäre ich doch beinahe an die Mauer gefahren hier. Wo wir hier irgendwo Hexel gut abladen können. Kraftfutter. Village. Nee. Normalerweise. Also bei meinem Vater. Da geht es mit dem Silo. Ich habe mir den Hof hier aber mal erklären lassen. Hier ist das alles ein bisschen anders da. Oder hier muss anders da gearbeitet werden. Normalerweise beim Silo ja. Hier so beim Bunker. Aber hier nicht. Da müssen wir ein Häufchen machen. Ja, da müssen wir einen Haufen machen. Bringt ja nichts anderes. Erst einmal. Und dann mit dem Bagger halt weg transportieren. Außer ich kann es hier irgendwo verkaufen. Direkt. Dann wäre das natürlich ideal. Aber das weiß ich nicht. Kann man kurz im System gucken. Da ist nix. Sieht man. Da ist nix drin. Da haben wir nix. Das sieht nicht so gut aus. Da müssen wir mal gucken. Was wir da wirklich machen können. Naja. Machen wir halt ein Häufchen. Ja. 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 Mal schauen, wo wir den hinmachen. Bam. Das ist jetzt ne gute Frage. Wo können wir denn den hinstellen, Mensch? Irgendwo müssen wir ja hinmachen. Oh. Wir machen einfach mal da hin. Anderes bleibt mir nicht übrig jetzt. Würde ich zumindest sagen. Obwohl. Wartet mal. Leicht haben wir ja auch. Vorne auf dem Feldplatz hätte ich jetzt fast gesagt. Aber da haben wir ja auch keinen Platz. Das ist gerade gar nicht so gut. Moment. Wir gucken mal. Wir fehlen schon noch Platz. Da hinten vielleicht. Hier raus. Da geht's nämlich auch noch raus. Da ist ne Wiese. Und ein leeres Feld. Und ich würde sagen, das machen wir hier hin. Falls wir das überhaupt hinkriegen hier, ne? Das ist natürlich auch so ne Frage. Nee, nee. Die Technik. So. Da machen wir's hin. Dann haben wir hier mal einen Häckselgut-Haufen. Das ist jetzt auch mal okay. Nicht perfekt. Aber erst mal aus dem Weg. Ja. 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 Dann tun wir den Rest noch machen. Und dann muss ich mal gucken. Was ich mit dem Häckselgut hier machen kann überhaupt. Doch. Eine sehr enge Angelegenheit hier. Mensch. Ja. Die Bäume muss ich noch fällen. Ein paar haben wir schon gemacht. Der Harry und ich. Der war da ja ein bisschen da. Aber da haben wir ein paar gleich umgenäht. Aber natürlich noch nicht alle. Und der Rest muss natürlich auch noch gemacht werden. Ganz klar. So. Dann rum. Dann haben wir das gleich. So. Wendig ist er ja. Muss man ja sagen. Er ist sehr, sehr wendig. Er hat mir auch noch ein paar Köpfe da gelassen. Also er hat noch mehr Aufbauten. Vielleicht habe ich jetzt einfach nur den Falschen dran gemacht. Weiß es nicht. Ah ja. Wir kriegen das von hin. Wir bringen den Hof auf Vordermann. Vielleicht muss ich auch mal ein paar Nächte durcharbeiten. Mal schauen. Dann kommen wir hier wieder voran. Mit dem Sägewerk. Ist ja auch so eine Sache. Beide Sägewerke sind beschlossen. Ich habe jetzt also keine Möglichkeit irgendwie das Holz zu bearbeiten. Die einzige Möglichkeit haben sie gesagt ist, dass ich das Holz, ich glaube zum Kraftwerk bringe. War das. Ich glaube das Kraftwerk war es. Und dort eben eine geringe Summe natürlich bekomme. Für das Holz. Oder dass ich das Holz häcksele. Also Holzschnitzel draus mache. Und es zum Palettenwerk bringe. Dort bekomme ich Paletten. Haben sie gesagt. Für diese Sache. Und ich denke. Ich glaube. Das werde ich auch in Angriff nehmen. Vielleicht. Mal schauen. Die Paletten werden wir gebrauchen. Auf jeden Fall. Und da wird es günstiger sein. Wenn wir. Ja. Die im Endeffekt selber herstellen. Durch unser eigenes Holz. Statt dass wir sie kaufen. Und wenn alles klappt. Und auch die Kommune ja okay dazu gibt. Dann. Ja. Dann gibt es den Vertrag. Und da gehört der Hof mir. Und dann heißt es sich natürlich beweisen. Da müssen wir Geld machen. Da müssen wir zeigen. Dass wir. Gut arbeiten können. Und hier auch vor allem vorankommen. Ist nicht so leicht. Ich hoffe ich habe mir nicht zu viel aufgeheizt. Aber ich denke. Ich kann es schaffen. Es ist ein neuer Zweig. Komplette Agrarwirtschaft kann man sagen. Mit allem drum und dran. Auch Forstwirtschaft. Es wird stressig. Und wir brauchen auf jeden Fall Angestellte. Die. Ja. Helfen werden. Wir werden das hinkriegen. Auf jeden Fall. Im Wildbachtal. Muss ich auch noch hin. Da habe ich schon angerufen. Hab gesagt. Ey Leute. Das und das. Ich komme. Ein paar Tage später. Ich muss das jetzt erstmal klären. Wir haben es auch sofort verstanden. Das ist ja auch sehr gut. Viele Besucher waren schon hier. Als sie erfahren haben. Dass hier. Wieder Leben ist. Waren schon viele Leute hier. Hab mich ein bisschen gewundert. Also. Aus dem Dorf. Aus den Dörfern umliegend auch. Es ist. Wurde mir auch gesagt. Einer der größten Höfe hier. Und. Es ist natürlich schon. Eine Heidenarbeit. Auch hier verbunden. Dadurch. Natürlich. So. Ist natürlich auch eine Heidenarbeit. Natürlich verbunden. Dadurch. Der ist so laut. Dann stelle ich mal hier hin. Durch absenken. Und dann gehen wir mal. In. Den. Unimog. Und bringen das Häckselgut. Noch nach hinten. Dann können wir vielleicht. Noch mal ein bisschen Gras machen. Für die Schafe. Können wir hier gerade wieder mähen. Aber wir machen es erstmal das hier. Mit dem Unimog. So. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. So. Dann gehen wir mal ein preparemmwer. So. $7. $7. $9. $those zipper. Und nieren. Dann gehen wir mal rein. Dävor.